So Freunde, wir haben es geschafft, wir haben neun Siege geholt, das ist ja immer das Ziel, wenn wir Montagmorgen auf den letzten Drücker die Weekend League spielen, in unter zwei Stunden. Also wir haben 7.30 Uhr angefangen, das heißt sogar anderthalb Stunden, leider sehr viel Bruch und Salzig dabei von der FIFA Community, was soll ich erzählen? Deswegen sind zehn Siege trotzdem noch okay in meinen Augen, hätten aber wirklich elf sein können, wenn wir uns ein bisschen mehr gestraft hätten, beziehungsweise ein bisschen mehr Glück auch gehabt hätten, was die Community angeht. Aber neun Siege können ja trotzdem gönnen, ich bin mal sehr gespannt, ich muss das hier nochmal changen auf zehn, neun, so. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rein und testen mal, was man aus zwei Picks bekommt. Ich glaube zwei Picks ist schon wirklich undaler Sau, Digga. Oh Winnie, Winnie nicht schlecht, Winnie wirklich gut, 50k. Ich habe den ja gerade auf meiner IV-Liste drauf, 50k. Winnie nehme ich mit, das ist schon mal sehr strong. Hat mir ja auch eigentlich gut gefallen, bis auf am Ende dann, wo er da mit Absicht anscheinend schlecht gespielt hat. Ist das 86 plus U-Pack noch da? Das würde ich eigentlich ganz gerne machen, Digga. Und ein Rüdiger. Ah, aber Rüdiger kostet nichts mehr, ne, schade. Dann muss ich sogar Navas nehmen. Ey, das ist aber okay. Also ist jetzt kein World Cup-Icon oder so? Aber Winnie und Navas ist okay, Digga, real talk. Wenn ich dann noch Ben... Ja, ne, Rüdiger ist Quatsch. Rüdiger ist... Ja, scheiß auf. Rüdiger ist Quatsch. Rüdiger ist Quatsch. Das ist quatschig. Ich habe ja noch Tomori, auch Untrade. Ich habe noch Benassa, Kesa und so. Also wenn ich ein Untrade-Team spielen will, habe ich das. Ach, das sind die Packs, stimmt. Und das, ich habe sogar ein Inform-Set sozusagen. Ach so, stimmt. Das sind jetzt die Reboots. Erstes Pack, Zapata. Ist okay. 2, 3, nee, 2,83er. Ich hätte gedacht, das wäre dieselbe Person. Kann ich bitte jetzt Messi, Neymar, CR7 oder MAP hier ziehen. Eine von den vielen. Jetzt hat gefühlt jeder schon so einen Pink auf der Bank. Jeder hat Neymar, CR7 oder sonst wen, außer ich. Ich will doch nur einen davon haben in diesen pinken Dingern. Das kann doch nicht wahr sein. Der Ampfer fällt auch nicht. Okay, Jungs. Jetzt noch ein 100k-Set und ein 5x83-Plus-Pack. Vielleicht hat es sich doch noch gelohnt, Weekend League zu spielen. Walk-Out. Rüdiger ist schon wieder. Rüdiger, was möchtest du heute von mir, Bro? 20k nehme ich aber mit. Ich nehme die 20k mit. Und noch 84er und Kunde auch. Der kostet auch nochmal 6k oder so. Okay. It's not that bad. Ich pack vielleicht so insgesamt, wenn ich alles verkaufen würde oder abstoßen würde, wäre ich vielleicht am Ende bei 50k. Ist okay, Digga. Vielleicht 40, 40, 50k. Ist okay. We take that, we take that. Und wenn wir noch dieses 5x83-Plus-Packen, darf man nicht vergessen. Ist es Unpaid 5x83-Plus oder nicht? Trade. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Digga, ihr Sports, wenn ich das hier lese, Digga, müsst ihr mir auch mal ein bisschen gönnen. Ohne Scheiß. Wieso hat der ein graues Abzeichen? Was ist das denn? Suarez auch. Einfach wieder Spielfehler hier drin. Ist ja Ballab bei mir im Pack. Bei mir bisher noch nicht, leider. Aber es ist halt gut zum Sammeln, ne, für diese Karten hier. Lass mich mal checken, wo ich da eigentlich bin. Level 8 schon. Okay, wie viel Zeit hat man noch? 30 Tage. Und ich brauche nur noch 150 Karten. Das schaffe ich ja locker, easy. Das heißt, was kriege ich denn? 385-Plus. Oh mein Gott. Oha, das ist sogar geiler, aber eigentlich, Digga. Jumbo-Selten-Spielerpack und Eic-Level 9 besser. 100 K-Set und 3000 Münzen gegenüber in 3x85-Plus-Set, wo man wahrscheinlich 3x85-er zieht. Da brauche ich eigentlich lieber die ganzen Goldspieler, Digga. Für SBCs und so. Man bekommt alle. Das ist ja geisteskrank. In 30 Tagen kriegt man alle Dinger, Digga. Das ist ja übergeil. Was kriege ich mal hier? 1,84-Plus-Fig. Das wird ja... Ey, in 30 Tagen gibt es ja übelsten Mark-Crash. Da kommt auch Toti und sowas, ne? Das ist ja geisteskrank. Jeder bekommt dann hier wahrscheinlich die ganzen Rewards, weil ich glaube, jeder schafft Level 10. Weil selbst ich habe schon 512 Karten. So der Typ, der gefühlt... Ja, also ich weiß gar nicht, woher ich diese ganzen pinken Karten habe. Ich habe diese ganzen Ziele da noch nicht gemacht und so. Ich habe eigentlich nur rote Karten aus der Weekly-League-Rewards und Arrivals-Rewards. Und selbst da habe ich schon über 500, Digga. Das heißt, in 30 Tagen wird jeder wahrscheinlich diese ganzen Packs bekommen. Dann ist es auch Toti irgendwann. Boah. Das ist schon krass. Walkout? Hä? Der ist ein Walkout? Oh, Digga. 3,83 aus dem 5 mal 83 plus, ne? Und 84 aus dem 6,80. Oh, das ist schon wieder echt. Weekly-League hat sich auf jeden Fall schon wieder gelohnt dafür, dass ich hier 4 Stunden gepennt habe, Freundin. Hat sich safe gelohnt. Noch ein Realspieler. Ja, halt wirklich, ne? Heute Tag der Real Madrid das. Vinicius gezogen. Rüdiger zweimal gezogen. Jetzt noch Alaba gezogen. Bald komplettes Real Madrid-Team. Hazard ist auch noch drin. Behalte die aber erstmal, weil, ne? Maybe kommt da ein SPC. Gerne mal das Video von gestern abchecken. Da habe ich nämlich die ganzen Investmentpreise etc. genannt. Videos auch sehr, sehr gut angekommen. Das heißt, sehr viele habe ich da schon erreicht. Falls ihr euch noch nicht erreicht habt, gerne mal da raufgehen und euch das Ding noch reinziehen. Ja, das waren die Rue aus von mir. Was soll ich euch erzählen? Dafür, dass ich jetzt nur 1,5 Stunden gespielt habe, kann man theoretisch nicht meckern. Dafür habe ich aber nur 4 Stunden gepennt habe und hier einen nervischen Zusammenbruch bekommen habe am frühen Morgen. Dank der toxischen FIFA-Community. Schwierig, Digga. Nächste Woche müssen halt wieder Elf Siege. Also nächste Woche werde ich, glaube ich, das nicht machen. Ich will nächste Woche mal wieder so schwitzen, dass ich das Maximum raushol. So 14, 16 oder vielleicht sogar mehr Siege. Ich glaube, das ist möglich. Ich werde diese Woche, glaube ich, viel spielen, weil ich World Cup Swaps erspielen werde. Ich werde Division Rivals grinden und nochmal ein bisschen hochkleinern, weil ich bin Division 4 nur gerade. Und dann werde ich nächstes Wochenende, glaube ich, mal richtig reingrinden, was Weekend League angeht. Nächstes Wochenende auch keine VBL, gar nichts. Ich bin das ganze Wochenende zu Hause. Ja, nächste Woche wird gegrindet. Nächste Woche wird gegrindet.